Let's Fetzalber K-Leiter du sollst nur du selbst ein Mieser Uhr an all righty wie müssen scheinen wo wir von hier aus hingehen ist zurück ins Hotel zurück willst du nicht zurück ins Hotel zurück was Quatschen von Müll was ist mit dir ich komme auch bald okay ich sehe dich später du hast dich richtig wie ein Dorfmädchen Dorfmädchen ja okay danke er verbeugt dich noch sie war komisch oh ja irgendwas mit Beastkiller yeah noch klar Age-Status warte mal was ist das Add Weapon Status Effect Add nice was er jetzt Prevents Darkness was auch gut cooler Scheiß alter active time okay der ist müde was ist jetzt okay ich soll auf Steiner scheißen und zurück ins Inn von mir aus machen wir das halt so ein freund wartet mein freund er hier auch eine kiste genau portion mein freund kann er sehen dass es eine Frau ist ist zu lange gewartet die haben jetzt hier gefallen ja ja tolles Dorf und so voll die netten Leute yeah ich möchte jetzt bitte kein Dialog ich möchte jetzt bitte ganz ganz schnell irgendwas machen irgendetwas komisches passiert hier das ist heute ein Abworn wenn Vivi zurück ist oder ist mit Steiner wow das ist ja ein Styler oh mein Gott Queen Brains Steiner der hat doch eine Leise ich auch deine lol mein Gott ich soll mich im Vater vorstellen Steiner Schwul Schwul Steiner Schwul Steiner hä Papst also supposed to be a prime source information ja bitch komm jetzt komm komm ähm ähm was komm 0 da will immer noch dass ich zum Schluss komme oh ja yes no way Adelbert Steiner okay ich kenne keiner mehr außerhalb please go to the observatory and tip of mountain on the outside of the village okay okay ich denke ich geh auf dem Kaugelschip okay ich glaube mit dem Kaugelschip komme ich nach hinten und auf dem Weg dorthin werde ich von so einem schwarzen Tenor angegriffen danke für sauber machen ja ich erinnere kann man bei mir putzen kommen ich hab's nötig bitte weiter ja stimmt man was ist mit Vivi ja ich hab's nötig komm jetzt genau wir gucken jetzt nach dem wir equipen Misa genau ja ich hab'sem ich hab's so es steuer ist so ich hab's auf zusagen so haben wir mal den dritten voll mc block jahre hau ab so was muss ich gucken wo da ist der bohr irgendwas war hier hau ab mann her jetzt mal sich die wieser stattdaten aber weggeschnappt schenkung genau das ist wieder ein ist zu groß der wird die von hier aber die sind eigentlich da oder kommen und unter der abel das muss und so was aufgebaut und das sind die alle die alle fest angefangen halten zu ließen diese spaß ist hier um den du schön schokobus siehst du die wälder das ist also noch kristin wie wie lol mies die sagten mir ich soll hier warten lol bist du verletzt? nö keine Sorge wie hol ich da raus ok es muss ein Weg da runter geben das könnte ja theoretisch nur der Brunnen sein ja ich weiß dass du höllst Irgendwo hier? genau, ist hier es muss irgendwie einen Weg geben ja toll da, hä? choco po choco choo fuck you und hier ok der Typ ist schon mal weg was ist denn hier? yeah klar go down sehr komisches Dorf oh ich sah eine Kiste da ist runter hier und nochmal oh 156 Kilo ist nice pfff ja ok ja ok nicht quatschen ich muss den geraten jetzt aber ich glaube es ist überhaupt nicht Bibi das ist nicht Bibi später wird man sehen in irgendeinem Ort dass man auch hätte zweifeln können hmmm ah grafee alle verdammt ok also sind das irgendwelche so wie ich es gerade sagte ob ich Leute von Alexandria die uns anscheinend doch hinterher dazu gefolgt sind oh keine Ahnung also dürft ihr schon mal gar nicht nicht sehen oder was? ok wir müssen weiter rein ok gibt's hier noch irgendwas? Kiste? yo sehr nice ja darum geht's hier das Pattern weißt was da drin ist? Chocobo was geht? und weiter ah da geht's noch tiefer runter da das ist dumm ich hab grad gespeichert ah sehr egal kann ja nicht schaden sprach ich mit Dialog soja so zack noch irgendwas hier hinten oder sowas nein ich müsste nichts mehr gehen nein fast zurück irgendwas hier ah das ist eine Kiste ich hab's gar nicht gesehen jetzt äther nice komm weiter 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 mhm alle zur Kiste alle Kisten damit alle alle I'm gonna head nice mhm den kann anscheinend nur äh schnell anlegen ja fecken komm und doch nicht wieder hoch man ob uns auch komm dann mal hier noch ja nur lust hab ich ja schon oder ja hab ich schon Game sooo was ist das ist das ok irgendjemand fehlt also war das noch nicht gewesen vorhin ich wusste es nein ok ich befreie dich ich mit